hey leute was geht und willkommen zu ein neues projekt von mir ja ihr seht richtig hexit ist wieder am start und ich fange auch wieder mit gaming an ja leute da ja unser hexit projekt das vor zwei jahren gestartet hatte wo ich mein kanal ja begonnen habe so gesagt wo ich noch neu auf youtube war ganz neu kann man nicht sagen ich habe ja damals schon gemacht aber ist eine andere sache ja das hexit projekt war auf jeden fall sehr lang muss ich sagen ja zwei parts war der hammer nein dieses projekt soll ein bisschen länger gehen und ich werde euch gleich mal erklären weil ich habe nämlich ein bisschen was anderes überlegt titel fällt mir jetzt nicht ein weil war jan ist back keine ahnung survival mode machen war genau die einstellungen bleiben wie sie sind so ja wie soll ich anfangen unsere challenge ist wir dürfen keine sachen abbauen also sprich wir dürfen schon was abbauen aber wir dürfen zum beispiel uns keine werkzeuge oder so aus normalen holz oder so kraften oder aus erze wie eisen oder diamanten oder was weiß ich wir dürfen uns aber truern looten also das ist ja eigentlich so meine challenge soll ja so ein bisschen realistisch sein es war jetzt nicht realistisch es war auch realistisch dass wir aus holz werkzeuge machen können klar aber ich möchte halt ein bisschen mehr action reinbringen und naja mal gucken wie es so beginnt ja toll was ist das für ein scheiß biome okay wir können uns schon mal brot machen das ist hier sowas ähnliches wie weizen heißt nur glaube anders und sieht doch anders aus ich glaube da kann man auch ein bisschen was anders draus machen also naja warum ist die welt so verklüfft habe ich das ausgewählt nein habe ich nicht ja wie angekündigt werde ich ja hexet machen am samstag heute ist der sache heute ist samstag und naja muss auch sagen auch dieses scheiß buch aller weg mit dir das ist einfach nur so unnötig warum man das bekommt das steht eh nur scheiße drin so nehmen mal eine hilfe wie ich finde naja jedenfalls der august ist bald gelaufen und naja viel mit zocken ist sowieso jetzt auch nicht obwohl ich schon lange nicht mehr gezockt habe ja das wirklich lange her seit urlaub glaube ich ich weiß nicht ich habe schon ewig nicht mehr gezockt irgendwie das muss man muss sich auch immer wieder ein bisschen rein finden aber verlernen tut man sowas ja nicht also naja und wir werden jetzt mal durch die welt streifen und gucken ob wir vielleicht irgendwie was finden was man gebrauchen könnte da hinten kommt ein herbst biome passt eigentlich ist ja bald herbst der august ist wie gesagt fast vorbei die ausbildung beginnt auch in kürze am freitag geht es los jetzt die die woche die jetzt ansteht und dann wird sowieso mit youtube eh generell ein bisschen kürzer getreten weil naja auch alles hat mein ende natürlich wird youtube nicht komplett vorbei sein ich werde natürlich noch machen so gut wie ich kann aber naja müsst ihr mich mal verstehen man wird auch nicht älter äh nicht jünger schön schön wär's wenn man nicht älter wird naja oder ist eine Kiste schön mit nichts drin ist da nicht da oben ist eine Kiste und da muss doch irgendwas drinnen sein toll jetzt kommen wir ja nirgendwo naja ist halt schwierig ohne Werkzeuge ich hoffe die Truhe hat irgendwas aber ich glaube du scheißdreck alter so eine Missgeburt aber wir kommen kurz hin oh scheiße weg oh ja ist halt ist halt dieses schwierige an der challenge wir dürfen uns halt wie gesagt kein steinschwert nichts machen müssen uns halt durchschlagen und oft mit mit etwas glück im dungeon äh ausräumen und da schwer dafür ja wie gesagt ich habe ja eigentlich diesen august was anderes geplant mehr autovlogs klar viele von euch das gewünscht und sich das gewünscht also meinungen sind halt immer unterschiedlich ich kann es halt nicht jeden recht machen aber äh ich hätte so oder so jetzt aufgehört mit dieser autovlogs da da mein auto am mittwoch zur werkstatt muss nein leute ich habe keinen unfall gebaut nicht dass ihr jetzt denkt ich habe keinen unfall gebaut er muss zur durchsicht er hat 21.000 runter und naja irgendwann muss man ja mal zur durchsicht zum tüv muss er erst äh in zwei jahren wieder also da ist noch genug zeit aber durchsicht muss er glaube nach alle weiß ich gar nicht 15.000 kilometer oder so der war ja schon zweimal zur durchsicht so wie ich es im kfz buch gelesen habe aber bin mir nicht so ganz sicher muss ich mich nochmal schlau machen keine ahnung jedenfalls naja ich freue mich auch wieder ein bisschen gaming zu bringen also ist ja auch mal wieder was anderes und demnächst kommt ja auch das neue spiel raus need for speed also der neue teil wo ich auch schon sehr gehypt bin und der werde ich das werde ich dann auch für euch let's playen ganz klar am siebten zehnten geht's los für die vorbesteller natürlich nur ich habe es mir ja vorbestellt und das ding ist einfach nur ich habe es mir für 80 euro geholt das spiel kostet 79 99 glaube ich und das ding ist ich habe jetzt auch ein eigenes konto ne und die haben mir noch nichts abgebucht ich habe immer noch die 100 euro ich habe ja 100 euro drauf gebracht weil ich habe die ja nötig gehabt und die haben mir noch nichts abgebucht ich habe immer noch die 100 euro entweder buchen die das echt erst denn ab wenn das spiel wirklich offiziell draußen ist weil in meinen origin steht ja dass ich das spiel schon besitze aber irgendwie hat der das noch nicht genommen oder vielleicht haben sie auch vom falschen abgebucht das wäre der hammer ich habe ja nichts falsch eingegeben oder so naja werden wir mal sehen wie das ist wäre natürlich geil wenn ich das spiel gespart hätte weg ja ich weiß nicht ob die mich angreifen ja ähm und wir laufen jetzt hier sinnlos durch die welt wir finden einfach nichts so ich werde mir jetzt einfach mal äh was machen einfach mal essen machen wir haben genau so man ey ein schwert wäre mir echt lieber gewesen ist so ne scheiße da so was kann ich da ja nicht anfangen kann man damit vielleicht schneller abbauen nö ne scheiße da ja jetzt kommt hier ein schneebium ach toll ey so unnötig einfach die welt ne das warte mal doch da sehe ich irgendwas ist das ein dorf oder so auf der karte ach jetzt kommen wir keine ruf oder was ja der anfang ist halt noch ziemlich scheiße das ist halt normal ein hexe gerade wenn man so ne so ne dumme challenge wie ich macht spring alter gut war hier nicht ein dorf ich hab doch ich seh doch hier auf der karte sieht doch aus wie ein dorf oder kommt das da noch hallo setz doch mir die blöcke alter naja dann halt nicht soll mir auch egal sein ach ey jetzt da oben ist das dorf ja der zeigt mir zumindest die karte an beim dorf können wir echt nötig haben weil vielleicht sind da ja sachen oder so nicht rutschen alles böse ja ja und wie gesagt das ist auch ein grund warum jetzt erstmal keine vlogs mehr kommen demnächst also erstmal nicht es werden wieder welche kommen klar aber erstmal nicht oh scheiße jetzt können wir uns hier erstmal die zeug hier alles abbauen dass wir da hochkommen aber viele haben sich auch gaming gewünscht also warum nicht ich meine ich hab auch mal wieder bock ein bisschen zu zocken war ja lange her ne und naja bin sowieso aufgeregt weil wie gesagt die hausbildung ist bald letzte ferienwoche genießt sie nochmal richtig wie gesagt der ganze august den hab ich ja genossen hier ist das dorf hier leben die eskimos oder darf man das überhaupt noch sagen eskimos ist das nicht ne beleidigung die heißen doch irgendwie jetzt oh ne schmiede wie geil wie geil ne schmiede ne ich weiß nicht wie wie man darf doch eskimos nicht mehr sagen da gibt es einen anderen begriff den weiß ich jetzt grad nicht rüstung wow ich hätte aber lieber ein schwert ne warte mal was handeln denn unsere freunde hier soll ich nicht kalt also mir wär kalt gut der winter steht ja echt wieder an ne und ehrlich gesagt bin ich kein freund vom winter herbst und frühling ist was anderes hallo hallo ähm ja cool ich kann die kiste nicht öffnen alter das sieht ja auch mal episch aus alter wie habt ihr denn euer dorf gebaut oh man ey diese dumme dieses dumme hexe so kann ich ich kann diese tru nicht öffnen denn leck mich halt am arsch denn nicht denn baue ich mich jetzt halt hier raus und haue wieder ab ja gut wir haben halt ein bisschen naja oh alter was ist das denn seht ihr das da links da gehen wir auch mal hin ja halt ein schwert wäre jetzt echt schön gewesen lol das war mal epic die die singe alter ist ja wie armer alter ist halt diese scheiß hexe weil sich die welt einfach so krass einfach aufbaut ich weiß nicht verstehe ich auch nicht gta kann ich auf ultra zocken kann ich sogar dabei aufnehmen da leckt gar nichts habe ich flüssige 30 fps und hier so ein paar blöcke so ein paar pixel schafft der rechner nicht ich verstehe es nicht man hat ja auch mal gesagt dass minecraft viel mehr anforderungen hat als die gta das ich auch irgendwie komisch finde weil warum sollte minecraft so ein pixel game mehr anforderungen haben ich meine das ist minecraft mensch warte mal mach doch mal die scheiße weg oh oh ja ernsthaft guck mal da ist lava drin aber ja was bringt mir die lava jetzt bleib halt lava fackel von mir aus dem baum ab ja da ist ein eisenblock sprich sprich unsere challenge wir dürfen uns ja den eisenblock holen weil warum kann ich denn alter ist das ekelhaft wenn sich die welt aufbaut die challenge ist ja nur wir dürfen uns keine erze abbauen und wir dürfen auch habe ich das gesagt wir dürfen auch keine tiere killen außer sie greifen uns an genau habe ich glaube nicht gesagt so wir werden uns jetzt ähm diesen eisenblock da oben holen und werden uns jetzt erstmal ein schwert machen genau wir dürfen uns halt nur also die challenge ich erkläre sie nochmal für die diese alle die es nicht verstanden haben äh wir dürfen uns ja klar verschwenden erstmal die blöcke hat ja auch so spaß gemacht die abzubauen also wir dürfen uns keine erze abbauen und wir dürfen uns keine ähm oh nein ich denke gerade was wir können uns ja den eisenblock gar nicht abbauen ich habe doch ja keine Spitzhacke come on na komm denn fuck off alter denn nicht warte mal da habe ich gesehen da ist ein Friedhof gibt es hier vielleicht irgendwas wer ist denn hier gestorben alles rest in peace ja steht an der Stoff ja toll ein Friedhof ja oh shit es wird dunkel und das heißt 10 Minuten sind um die vollen möchte ich ja nicht so lange haben ein bisschen warte mal in den Dorf die hatten zufällig keine Wolle ne doch hatten sie scheißig Volldepp die hatten Wolle das eine Haus da wo es so geleckt hat scheiß drauf lol was ist das denn okay es wird spannend würde ich sagen ähm ja wir haben aber leider nichts wollen wir da rein rennen rennen ne okay ich bin weg scheiße scheiße bin weg ja ich brauche ein Schwert ne ein Schwert das wäre jetzt so geil wenn wir diesen Eisenblock da hätten gibt es hier nicht noch hintereingänge oder so was ist denn das hier vielleicht gibt es ja hier irgendwas ne Truhe oh wie geil das rettet meine Ehre zufällig gefunden okay ähm ich würde sagen der nächste Part wird doch spannend hätte ich jetzt nicht gedacht aber der nächste Part wird spannend und ähm wir sind ja auch genug gereist jetzt also reicht der jetzt ja auch ähm ich würde sagen wir craften uns ähm zwei Schwerter würde ich sagen zwei Schwerter und ähm ne ich würde sagen dreie weil die Eisenschwerter gehen schnell kaputt warte mal Kupfer können wir da uns auch äh ein Schwert machen können wir nicht okay denn ähm würde ich sagen nächster Part bleibt uns Rüstung haben wir ja auch äh im Dorf so ein Glück gefunden nächster Part wird spannend ja gut die Schafe können wir jetzt leider nicht killen für ein Bett ey da hinten ist ja auch noch eine Burg okay Leute der nächste Part ich würde sagen ich beende jetzt den Part hoffe dass mich hier nichts von hinten runterschubst und dann killen wir diese Mistviecher da guck's dir an guck ihn dir an den killen wir jetzt die können wir aber nicht abbauen ist die Challenge okay Leute würde ich sagen wir sehen uns im nächsten Part wieder bleibt spannend und würde ich sagen bis dann und ciao